Der Nordbahnhof ist ein ehemaliger Bahnhof, der schon seit Jahrzehnten nicht mehr genutzt wird und Schritt für Schritt eigentlich umgewandelt wird oder umgenutzt wird, einerseits in Wohnungen und in Gewerbebereiche. Und in der jetzigen Phase entwickeln wir noch acht weitere Baufelder, circa 5.000 Wohnungen und 4.000 Arbeitsplätze, die hier in den nächsten Jahren bis 2025 entstehen. Das ist eines der größten innerstädtischen Gebiete, die in Wien derzeit gebaut werden und aufgrund des Masterplans, der freie Mitte, vielseitiger Rand sich nennt. Da hört man schon aus dem Namen heraus, dass es eine große freie Mitte, diese Wildnis, die man hier sieht, bleibt erhalten und aber gleichzeitig einen vielseitigen, einen sehr dichten Rand gibt. Und das ist auch die Herausforderung, der wir uns hier stellen, dass wir auf acht Baufeldern sehr dicht und hoch bauen. Und gleichzeitig aber schauen, diese Natur zu schützen. Und das ergibt natürlich sehr viele Herausforderungen im Bau, aber auch in der Baulogistik. Beispielsweise in Bezug auf Containeraufstellflächen, Lagerflächen, der Zufahrtssituation. Wir haben beispielsweise jetzt für circa 2.500 Wohnungen nur diese eine Zufahrt. Das heißt, jeder Lkw muss hier durch dieses Nadelöhr durch und dann wieder zurück auf die Hauptverkehrsart. An Zeppelin Rental haben wir uns gewandt, weil das einfach ein so großes und komplexes Projekt ist, das auch im Vorfeld schon sehr viel Baulogistikarbeit notwendig gemacht hat. Zeppelin hat einen Baulogistikplan erstellt, ein Konzept, wie es ablaufen kann. Und dadurch, dass sie hier vor Ort sind und sich um die Anliegen einerseits der Baustellen, allerdings auch der Dienststellen kümmern, also der Magistratsabteilungen der Stadt Wien, wird dieses Konzept auch immer wieder weiterentwickelt, aber natürlich auch geschaut, dass es auch eingehalten wird von den Baustellen. Die Zusammenarbeit zwischen den Bauträgern und Zeppelin Rental funktioniert sehr gut. Besonders wichtig ist die Rolle von Zeppelin bzw. von Magdi Salib als Ansprechpartner einerseits für die verschiedenen Bauplätze, aber auch gegenüber der Stadt. Und das war auch ein Hauptpunkt, warum wir uns an Zeppelin gewandt haben, als Ansprechpartner, dass es wirklich einen gibt. Mit Themen am Nordbahnhof ruft man den Magdi Salib an, wenn es irgendwie um Baulogistik, um Anrainerprobleme und so weiter geht. Wir steuern hier die Zufahrten über unser OLCC-System. Das ist im Hintergrund erkennbar ein Schrankensystem, das vollautomatisch und intelligent agiert und die Zufahrten, die angemeldet wurden, erkennt und die zufahrenden Lieferanten über Barcodes und RFET-System, Funksystem oder Tastaturfeld einfahren können und auch wieder mannlos ausfahren können. Mein Hauptaufgabengebiet ist die Koordination zwischen den Bauträgern und den Dienststellen der Stadt Wien sowie den verschiedensten Firmen, die hier auf der Baustelle agieren und das Bauwerk errichten. Die Zufahrten zur Baustelle entwickeln sich in der Tendenz steigend und steigend. In der Höchstphase werden es ca. 900 LKWs pro Tag sein, die sich auf dem Kreuzungspunkt hinter uns dann aufteilen nach links und rechts. Und auf der jetzt im Hintergrund der linken Seite ist eine Gleisschleife, wobei die Straßenbahn hier in 4-Minuten-Takt fahren wird. Und ein Schulweg, das grüne Gebäude hinter uns, ist ein Bildungscampus, wo bis zu 1600 Schüler unterrichtet werden. Und in diesem Zusammenhang haben wir die Koordination und die Planung der Zuwägung zu all diesen Bereichen geplant und müssen diese auch koordinieren. Unser Online-Avisierungssystem ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg dieser Baustelle, da dadurch die Antransporte und Lieferungen über den Tag verteilt werden und nicht die Stadt Wien mit Staus und Verkehrsproblemen belastet. Eine Besonderheit der Baustelle ist die Reinhaltung der öffentlichen Straßen. Auf der Baustelle hier haben wir hierfür eine Reifenwaschanlage für die LKWs installiert. Die LKWs fahren durch die Reifenwaschanlage durch, werden abgereinigt und begeben sich wieder auf die öffentlichen Straßen. Und somit bleibt die Straße Richtung Stadtsauber.